Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Okay, ich habe mich doch noch entschieden, wir machen jetzt hier erstmal noch kurz alle Wege fertig Dann stehen uns nämlich alle Wege offen Nein Spaß, dann Dann gehen wir halt schlafen, okay Tut mir leid, das Oh Gott, jetzt sind die ja hier, oh Gott Oh shit, Alter, schnell weg, Alter Wie viele Monster sind denn da? Das ist ja unnormal Alter, das war ja übertrieben Okay, so, schlafen Oh, bin aufgeregt irgendwie So, ein bisschen Energie geladen hier Egal Wir machen auch immer eine neue Schaufel Zwei Stöcke Für eine Schaufel halt So, so Wir machen noch ein bisschen Cobblestone Ja, wobei ein Staggler reicht, glaube ich, zwar gar nicht Wow Enderman Slenderman, bist du's? Könnten wir eigentlich auch mal noch spielen Als Indie-Horror-Game Könnte man eigentlich wirklich Äh, Craft muss ich, glaube ich, sonst nix sehen So Gehen wir mal gucken Oh, Knochen Ich hoffe ja Weil es, alles, nee Ah, das sind Karotten Ich hoffe ja, dass dort jetzt dann, ähm Diese Pillager weg sind Weil die fucken sonst ein bisschen ab Und da sind Creeper Müssen wir ein bisschen aufpassen Nicht, dass Uns gleich alles um die Ohren fliegt Ah, da passiert nix, oder? Du bist Freundlich Oh man, oh man, oh man So Eine Okay, wir haben Diese Oh, mein Gott Komplett verbaut Okay, wir warten erstmal hier Und, äh, sammeln hier nochmal kurz das Zeug ein Wieso haben wir das denn nicht eingesammelt? So In diesem großen Weg hier warten wir noch kurz Hier vorne ist ja jetzt, glaube ich, alles Okay, soweit So gut Hier nicht Gut, dann müssen wir sowieso noch Einmal gucken Dann würde ich halt Den Weg hier drunter machen Ich weiß nicht, wie gut es klappt Also die Schweine können auf jeden Fall nicht ausbrechen Ups 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 Ah, war das so So Warte Trick 1000 Ja, ha Bin so gut Bin so gut In diesem Game Und dann Spaß Ich glaube, hier lassen wir immer eine Lücke, da wo das Türchen ist Aber das wird dann Gras nicht Holz Hier vorne müssen wir halt dann gucken, wie wir das machen, weil da Wird ja ein bisschen Keine Ahnung, wie soll ich das sagen Ein bisschen anders Ein bisschen verformter Aber das ist ja auch egal eigentlich, da kommen wir auch hin Ach, jetzt ist das So Wieso guckt ihr mich so an? Ich habe gar keine Mühe in der Hand Karotte oder was auch immer Ja, dasselbe Oder? So Jetzt passt das nämlich hier auch schön, dieser Übergang Hier hoch Diese Terrasse hier Dann geht es hier runter Und hier können wir dann große Sachen bauen Irgendwann mal Weiß nicht was Und ich weiß auch noch nicht wann, aber Das Juckt uns jetzt auch noch nicht Unsere scharfe Schafarmee Der geht es auf jeden Fall auch noch gut Schön zu hören Wenn es den Leuten gut geht Ja, wir machen das gleich mit hier Ich hoffe, die können da nicht irgendwie unten durchrutschen Und dann sind die weg Das wäre nicht so geil Toll Schon wieder eine Schaufel weniger Äh, ja, wir machen Was war das? Könnt ihr hier noch kurz Gucken Vielleicht brauchen wir noch so ein bisschen Cobblestone Okay, nee, ich glaube nicht Da wäre diese Scheide Scheide Oh Mann Da wir diese Seite schon gemacht haben Denke ich nicht Ah, wir haben keinen Wollstuhl Toll Weiß ob Wir sollten das auch mal wieder anpflanzen da vorne Sind die noch hier? Ich glaube nicht Wir können sie ja nicht sehen Das ist ein bisschen Suboptimal natürlich Also wie viel Kies haben wir denn da verbaut? Das ist ja unnormal Und es kam noch 41 Ich würde mir so vorstellen Das war halt auch alles noch Oder wäre halt auch alles noch So gewesen So Die behalte ich erstmal noch Weil ich glaube die brauchen wir noch Aber dann brauchen wir noch mehr Aber egal Was laber ich? Ähm Wir brauchen nochmal ein Eisen Für eine Schaufel Ich glaube wir machen einfach kurz zwei Weil falls eine kaputt geht Hätten wir noch eine Logischerweise Und ja So Dann haben wir auf jeden Fall genug So Nice Ähm Dann gehen wir kurz Wer schreibt mir den jetzt? Ach Irrelevant No front Aber Nein Also Ist nicht dringend So Nicht so dringend Wie das Video Äh So Und dann hier irgendwie auch noch So Das reicht erstmal Genau Hier könnten wir Nein Alter Hier könnten wir nämlich nochmal Treppen einbauen So Genau Das machen wir jetzt noch Diese ganze Folge In hoffnung dass wir es nach dieser Folge fertig haben Dann können wir in der nächsten Folge ein bisschen Fichtenholz Äh Holen gehen Ja Wäre ganz cool Ach man So Warte mal Okay Machen wir das hier noch kurz fertig Ich glaube Wir haben wirklich zu wenig Holz Immer noch Also für hier wird es reichen Aber nicht für alles Wenn wir hier vorne auch noch müssen Also müssen Wollen Vor allem jetzt müssen wir hier auch noch Oh jetzt habe ich schon alles Cobblestone weggelegt Na egal Wir müssen wahrscheinlich sowieso noch den Rest holen Von Ähm Ähm Von dem ganzen Mach es doch schnell Schwarz-Eichenholz Das wollte ich sagen Da braucht noch Kohle aber Ist egal Brauchen wir nicht Ähm Jetzt noch ein bisschen Holz So Gut dann verstauen wir noch mal den Rest Kies Den wir jetzt noch mal gesammelt haben Nehmen noch mal den Rest Holz Nehmen noch mal Bruchstein Also Cobblestone Ja und jetzt Machen wir uns wieder hier Raus in die Kälte Obwohl eigentlich Kalt ist es ja gar nicht Oder wäre es gar nicht Ähm Alter Wo bin ich denn jetzt hier gelandet Ähm ja Stimmt die drunter waren ja immer Mobs Oder nicht So Okay so Das kommt auch noch hier hin Oh lol Hier hab ich gar nicht Hier ist also Felix Sieht jetzt ein bisschen scheiße aus Aber ist egal Okay warte mal Wir können das hier gerade parallel machen Zu diesem Dings Zu diesem anderen Anfang Das sieht das Hier extra schön aus So Und hier kommt ja jetzt sowieso Holz rein Hier auch So Ah das ist schon Die sind schon beide gewachsen Geht schnell Geht schnell Alter Was ist denn die Ah hier ist mal ein Creep explodiert Oder Was da immer für Erinnerungen hochkommen Hier unten Oder hier unten Einfach Wenn man hier alles aufgräbt Wie es einfach perfekt aufgeht So So Machen wir mal hier noch den Rest Genau zwei Stacks Die wir jetzt hier noch verbauen können Ja wir machen erstmal noch kurz weiter Bis zur Fackel hier vorne Können wir am nächsten Tag auch noch Cobblestone mitnehmen Und ich glaube Wir müssen nochmal Schwarz Eichenholz farmen Weil das reicht doch nie Wenn wir hier den ganzen Weg noch nach hinten machen Auch wenn der gleich Zweispurig wird Also so gleich zwar gar nicht Aber Trotzdem Das braucht noch ein bisschen was So Gehen wir hier nochmal rein Ähm Wissen wir was machen jetzt einfach diese Folge einfach noch so lange bis das Ganze fertig ist So Perspektive bis wir keinen Schwarz Eichenholz mehr haben Ja Genau So Machen wir das hier direkt am Anfang kurz Dann machen wir glaube ich erstmal hinten weiter So Also diese Reihe hier vor allem Machen wir kurz beides Einfach Kies und Zeugs Dann machen wir erstmal beim Haus weiter Weil das haben wir schneller fertig Och Mensch Und habt ihr eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke Ich hoffe es war euch Also ich habe alle Die ich verteile Habt ihr das eigentlich auch Äh Gemacht Wir machen immer Wir basteln einfach irgendwas Und schenken das den Leuten Wir kaufen nichts Zeugs Also Ne Warte mal Doch Wir basteln halt einfach irgendwas Und dann schenken wir das Anstatt dass wir immer auch noch irgendwas kaufen Also zum Beispiel Ach egal Ich laber wieder irgendwas Eigentlich Ganz ehrlich Eigentlich Könnten wir diesen Warte kurz So Eigentlich Könnten wir diesen Eingang Hier zumachen Weil Da gehen wir eh nie rein Nehmen wir noch kurz Alles Zuckerrohr mit So Lecker lecker Oh ne Oh ne Aber jetzt wird es gleich gefährlich Ja Aber ich dachte gerade Und dieses Glas Dachte ich schon Hä Heim Heim Dann speine Schweine Schweine Man wir ziehen hier kurz durch bis hier hinten ah hier ist schon fertig genau hier geht es dann auch wieder raus zu irgendwas was wir irgendwann bauen werden hallo ist der schweiler sieht man sich wieder ich meine hier unten dran muss es safe sein ich meine wir haben hier kies drauf gebaut würde sonst nicht so sinn machen so erst mal bis hier ja okay wir haben jetzt hier schon ziemlich viel wieder gemacht wo ich wollte dachte gerade die greift mich jetzt an können doch kurz den weg hier ziehen wenn es überhaupt reicht doch okay gut dann ja egal wir werden in den nächsten folgen irgendwann mal das hier noch fertig bauen wahrscheinlich in der nächsten dann sind wir fertig und dann können wir auch sonst irgendetwas machen wir sortieren dennoch ganz kurz das inventar weil es wird jetzt eine weile dauern bis ich zumindest die neue folge aufnehmen für euch ist einfach standard dauern und genau dann habe ich hier schon siblings näher mal hier oben äh knochen kommen glaube ich auch hier rein kommt das hier das kommt hier das kommt da und das kommt hier so perfekt da ist das inventar auch wieder mal aufgeräumt das war's mit dieser folge minecraft let's play dings bis zum nächsten mal löne tschau ó ö ö Bis zum nächsten Mal.